Damit war die Statistik mit so einem kleinen Dilemma konfrontiert. Die Kovarianz, so wie sie definiert war, also als 1 durch n mal die Summe der Differenzen jedes einzelnen Datenwertes zum Mittelwert der Datenwerte der jeweiligen Variablen, für alle i gleich 1 bis n Merkmalsträger, erfüllte eigentlich eine ganze Menge der wünschbaren Eigenschaften. Je größer die Zahl, desto größer ist tendenziell auch der Zusammenhang. Das Vorzeichen indiziert die Richtung des Zusammenhangs. Und der Kovarianz macht die Addition einer Konstanten zu allen Messwerten überhaupt nichts aus. Weil die Kovarianz eigentlich schon ein so schönes Maß ist, hat die Statistik nicht nach einem neuen Maß gesucht, sondern geschaut, was man unternehmen könnte, um die Kovarianz doch noch zu einem sinnvollen Kennwert für den Zusammenhang von Datenreihen zu machen. Und weil es um genau diese Datenreihen geht, hat man geschaut, ob man mit den Datenreihen etwas tun kann, anstatt an der Kovarianzformel herumzufingern. Wenn wir Datenreihen x und y haben, dann können diese Datenreihen völlig beliebige Skalen besitzen. Die Variable x kann auf einer Skala zwischen 0 und 100 gemessen worden sein. Die Variable y auf einer Skala zwischen minus 1 und plus 1. Genau diese Abhängigkeit der Kovarianz von den Skalen der einzelnen Variablen spiegelt sich ja in ihrer Equivarianz gegenüber der Multiplikation wieder. Statt also an der Formel für die Kovarianz herumzudoktern, können wir auch mal schauen, ob wir die Daten auf eine einheitliche Skala bringen können. Und dazu haben wir schon ein Verfahren kennengelernt, nämlich die sogenannte Z-Standardisierung. Wenn wir also aus der Variable x eine neue Variable zx machen und aus der Variable y eine neue Variable zy, dann wissen wir, dass diese neuen Variablen zx und zy auf vergleichbaren Skalen gemessen worden sind. Denn über die z-Transformation können wir jede beliebige Skala auf eine neue z-Skala bringen mit dem Mittelwert z quer gleich 0 und der Standardabweichung sz gleich 1. Diese Befreiung der neuen z-standardisierten Variablen von der ursprünglichen Skala können wir nun nutzen, um aus der Kovarianz ein sinnvolles Maß für den Zusammenhang zweier Variablen zu machen. Das tun wir, indem wir Ausgangsdaten aus zwei Variablen x und y nicht direkt in die Kovarianz überführen, sondern zunächst z-standardisieren und erst dann die Kovarianz berechnen. Wir können also unsere Ausgangsdaten mit Konstanten multiplizieren, so viel wir wollen. Nach der z-Transformation haben wir neue Variablen zx und zy, die von jeder beliebigen denkbaren Multiplikation, die wir auf den Ausgangsdaten durchgeführt haben, komplett befreit sind. Für diese Kovarianz nun, da hat man einen neuen Namen festgelegt. Wir nennen sie nicht mehr umständlich Kovarianz aus z-standardisierten Daten, sondern schlicht und einfach Korrelationskoeffizienten. Und dieser Korrelationskoeffizient wird durch das Symbol rxy dargestellt. Wenn man nun die beiden Schritte der z-Standardisierung der Daten und der anschließenden Berechnung der Kovarianz aus diesen z-standardisierten Daten mathematisch ein wenig genauer betrachtet, dann sieht man, dass man diese beiden Schritte eigentlich gar nicht braucht. Stattdessen kommen wir auf den Korrelationskoeffizienten r, in dem wir zunächst für unsere Daten die Kovarianz berechnen und die Zahl, die dabei entsteht, durch die Standardabweichung unserer ursprünglichen Datenreihe x und unserer ursprünglichen Datenreihe y teilen. Die z-Standardisierung der Daten ist also gar nicht notwendig. Wir können die Korrelation auch direkt aus der Kovarianz berechnen, sobald wir die Standardabweichung der ursprünglichen Datenreihen kennen. Weil die Korrelation also nichts anderes ist als die Kovarianz z-Standardisierter Daten, gelten für die Richtungsinformationen, also das, was uns das Vorzeichen der entstehenden Zahl anzeigt, dieselben Regeln wie bei der Kovarianz. Bei der Korrelation aber können wir zudem noch die Stärke, also die Größe des Zusammenhangs, numerisch interpretieren. Wie das geht, sehen wir gleich. Zunächst aber lernen wir noch einen neuen Namen für genau diesen Korrelationskoeffizienten kennen. Der nennt sich nämlich auch die Produkt-Moment-Korrelation oder auch nach seinem Entdecker der Korrelationskoeffizient nach Pearson. Manchmal verbindet man auch die beiden und sagt dann die Pearson'sche Produkt-Moment-Korrelation. Weil diese Pearson'sche Produkt-Moment-Korrelation ganz elementar, genauso wie die Kovarianz, auf Differenzen beruht, und zwar auf Differenzen zwischen Datenwerten und dem Mittelwert, sind diese beiden Koeffizienten ausschließlich auf Intervallskalenniveau zu berechnen. Für niedrigere Skalenniveaus haben wir andere Zusammenhangskoeffizienten, da gelten andere Berechnungsformeln. Die Korrelation, genauso wie die Kovarianz, ist Null, wenn kein Zusammenhang zwischen den Ausprägungen der Zufallsvariablen besteht. Die Korrelation liegt, und hier kommen wir nun zur Interpretation des Zahlenwertes der Korrelation, immer zwischen den beiden Grenzen Minus 1 und Plus 1. Die Pearson'sche Produkt-Moment-Korrelation kann nicht kleiner werden als Minus 1, und sie kann nicht größer werden als Plus 1. Vollziehen wir auch das direkt am Datenbeispiel nach. Ich habe hier exakt diejenigen Daten aufgeschrieben, die ich auch in unserem Beispiel der Kovarianz aufgeschrieben hatte. Die Zahlenwerte sind exakt dieselben. Nur berechne ich jetzt eben gerade nicht mehr die Kovarianz, sondern die Korrelation. Wir sehen, dass bei einer Kovarianz von Null, also bei einem vollständig fehlenden Zusammenhang zwischen X und Y, natürlich auch die Korrelation Null beträgt. Mit dem immer stärkeren Sortieren unserer Y-Datenreihe so, dass sich der Zusammenhang höhere X-Werte gleich höhere Y-Werte für immer mehr Merkmalsträger zeigt, steigt auch die Korrelation an. Von R gleich Punkt 2,1 über Punkt 4,4 über Punkt 6,5 bis hin schließlich zu 1,00. Diese 1,00 sind ein perfekter Zusammenhang zwischen den Daten, die Daten liegen auf einer Geraden. Was passiert nun, wenn wir hier dasselbe tun wie gerade, also den Zusammenhang optisch weniger perfekt zu machen, sodass aber trotzdem unsere Regel höhere X-Werte gleich höhere Y-Werte weiterhin für jeden Merkmalsträger gilt? Tun wir das mal. Ich verändere unsere Y-Werte so, dass die Regel, die wir eigentlich hatten, nicht verletzt wird. Wir sehen nun, dass die Korrelation leicht absinkt. Der Zusammenhang ist nicht mehr perfekt, die Daten liegen nicht mehr perfekt auf einer Geraden und genau das spiegelt sich in der Korrelation wieder. Das ist eine hochgradig erwünschte Eigenschaft. Wir sehen, die Korrelation ist tatsächlich schon an diesem Punkt ein wesentlich besseres Maß für einen Zusammenhang als die Kovarianz. Überprüfen wir auch die Invarianz der Korrelation gegenüber jedweden linearen Transformationen mit den Daten am Beispiel. Das hier sind erneut dieselben Datensätze wie für das Kovarianzbeispiel. Und wir sehen, dass sowohl die Addition einer Konstanten zu jedem Wert unserer Variablen X als auch die Multiplikation von X mit einer Konstanten gar nichts an der Korrelation verändern. Die Korrelation ist in jedem Falle Punkt 2,5, da sich die physikalische Konstellation der Daten ja nicht verändert. Lediglich die Lage der Punktwolke auf der X-Achse oder die Streckung unserer X-Achse verändern sich. Der physikalische Zusammenhang zwischen diesen Daten, der sich optisch in der Form der Punktwolke äußert, ändert sich aber nicht. Hier überprüfen wir direkt auch noch einmal, was passiert, wenn wir unsere Datenwerte von X nicht mit 10, sondern mit minus 10 multiplizieren. Dann sehen wir, dass sich die Korrelation invertiert, weil wir über die Multiplikation einer Datenreihe mit einem negativen Wert natürlich auch die Lage der Daten vollständig umkehren. Würden wir nun allerdings auch noch die Y-Variable mit minus 10 multiplizieren, dann sehen wir, dass sich beide Achsen umkehren, die Punktwolke nun aber physikalisch wieder dieselbe Form hat, wie in den ersten beiden Datentabellen. Und das äußert sich ebenfalls in der Korrelation. Sie ist wieder Punkt 2,5. Negative Werte zeigen einen gegensinnigen Zusammenhang an, genauso also wie bei der Kovarianz. Positive Werte einen gleichsinnigen Zusammenhang. Die Korrelation, und das werden wir gleich am Beispiel eines Scatterplots noch einmal sehen, ist anfällig gegenüber Ausreißern. Genauso wie das auch schon für die Standardabweichung und die Varianz galt, finden wir diese Anfälligkeit gegenüber Ausreißern auch bei der Korrelation wieder.